Mein Name ist Benjamin Stöbe und ich wohne mit meiner Familie in Eberswalde in Brandenburg. Auch bei uns gibt es einen kleinen Star Trek Fan Club. Die Voyager hat eine temporale Anomalie in der Aula des Alexander von Humboldt-Gymnasiums lokalisiert. Faszinierend heißt die Ausstellung in der Adler Apotheke in Eberswalde. Hier findet seit heute die Fan Ausstellung 45 Jahre Star Trek statt. Meine Großmutter sagt das seit Jahren, nimm das doch mal und stell das aus. Ich dachte immer, es interessiert keinen. Heute sehen wir, es ist anders. Der Weg ins kleinste Star Trek Museum des Universums geht übrigens so. Und dann kommst du hier rein, denkst du gehst in so einen Keller und findest einen Schatz. Hier da auf wenig Raum. Das sind also die wichtigsten Koordinaten im Universum, Eberswalde. Liebe Freunde, ein feuerlicher Moment. Ja, es ist, was soll ich sagen, ich kann gar nicht mehr sagen, es ist einfach, ja. Eine unglaubliche Run. Es ist die Geburtsstunde von Star Trek. . Nein, 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 nein Valve ist schaff, ja, nein, nein